Da-dan, la-da-da-da-da-dam, ba-bam, da-dan, da-da-da-da-da-da-da-ba-dam, ba-dam. So, willkommen bei dem scheiß Geruckel von Let's Play. Nicht Plants vs. Zombies, weil wie ihr seht, you finished Adventure one time. Ich habe einen Zen-Garten, mein Almanac ist hier unten, ich habe sogar auch schon einen Shop. Ja, und ich bin gerade offline, also nicht im LP-Bereich tätig, den Adventure-Mode das zweite Mal durchzumachen. Warum nehme ich das? Ja, ich habe gerade nämlich versucht, etwas anderes euch zu zeigen. Aber weil mein Sony Vegas gerade etwas rummuckt und ich nicht gleichzeitig ein Video rennen kann und Far Cry spielen kann, sage ich es euch also auf diese Art und Weise. Während ich mich hier um meinen Zen-Garten kümmere, könnt ihr euch diesen auch schon mal anschauen. Naja. So, kommen wir jetzt zu den ersten Themen, die ich jetzt ansprechen wollte. Zuallererst ist es ein großes Entschuldigung von meiner Seite, dass in den letzten Tagen keine neuen Videos von mir online kamen. Das hat schlichtweg damit etwas zu tun, dass ich am 15.03. Geburtstag hatte. Ja, ich werde ein alter Sack. Ich bin jetzt nämlich 21 Jahre alt geworden. Hurra. So, und da hat sich mein Sony Vegas gedacht, ey, ich muss dem auch mal was schenken. Genau. Und was? Programmfehler. Haufenweise Programmfehler. Ich konnte das alles in die Tunnel schmeißen. Ich habe jetzt mich die ganze Zeit damit abgemüht, Sony Vegas wieder neu auf den Computer drauf zu klatschen. Ah, das ist sowas von nervig. Und ich will nicht hoffen, dass ich das gleiche Problem später irgendwann nochmal kriege. Jedenfalls, ich habe es gerade wieder installiert. Es kann sein, dass Plants vs. Zombies etwas ruckelt. Wie es am Anfang des Videos wahrscheinlich auch so war. Ja. So viel dazu. Dann, zum zweiten Thema. Was ich auch schon angekratzt habe. Ich habe ein neues Projekt. Und das wird Far Cry sein. Der allererste Teil. Und diesen Teil werde ich nicht blind spielen, sondern auf dem schwierigsten Schwierigkeitsgrad. Ich werde oft sterben. Ihr werdet hoffentlich daran euren Spaß haben. Weil ich weiß, dass ich gerade so übelst Bock habe auf Far Cry. Das Spiel macht mir richtig Spaß. Aber ich habe hier zu Hause nur die englische Version. Daher werde ich euch dann sehr wahrscheinlich den Plot erklären müssen, wenn das LP angefangen hat. Aber das Problem dabei ist, dass ich schon einige Sachen aufgenommen habe. Und dass ich das so nicht erklärt habe. So, kaufen wir hier erstmal noch etwas Insektenspray. Ah, und das ruckelt. Das ist toll, das ist toll. Hoffentlich kackt das Video jetzt gleich nicht ab, wie das vorhin der Fall war. So, wie gesagt, damit kündige ich Far Cry 1 an. Im härtesten Schwierigkeitsmodus, nämlich realistisch. Und ich hoffe, dass euch dieses LP genauso viel Spaß machen wird. Blubb. So, Punkt beendet. Der nächste Punkt ist ein anderes LP. Das wird am heutigen Tag ebenfalls noch hochgeladen. Der erste Part. Und es ist eigentlich ein Projekt, wo ich mir gedacht habe, nein, da haben doch schon so viele ein LP draus gemacht. Und das ist eigentlich gerade so mega gehypt. Weil da jeder macht ein LP davon. Und ach, es ist quasi das Nummer 1 LP. So wie ich es empfinde. Aber nichtsdestotrotz habe ich mir gedacht, komm, fängst du einfach mal an. Schaust du mal, wie das alles dann funktioniert. Ich habe mir jetzt, soweit ich zumindest weiß, die neueste Version geholt. Habe es auch ein bisschen, ein bisschen verschönert. Mit einem Paket. Und ihr dürft jetzt ja auch gern mal raten, was es ist. Es wird am nächsten Tag hochgeladen. also am Tag, nachdem ich das hier hochlade. Und das wird für euch dann natürlich morgen sein. Aha. So, dann hätten wir diesen Punkt auch abgeschlossen. Ich kann hier weiter Münzen sammeln, wie bekloppt. Ja. Hm. Gibt es sonst noch irgendetwas zu sagen? Ja. Lego Racers ist schon so gut wie fertig. Ich muss davon die ganzen Videos auch nur noch hochladen. Beziehungsweise rendern. Weil das ganze Rohmaterial habe ich ja schön mit Fraps aufgenommen. Aber da mein Sony Vegas ja nicht unbedingt die kooperativste Seele hat, äh, ja, hat sich das jetzt leider etwas sehr hingezogen. Ja. Soviel zu dem Stand. Und ich hoffe, dass ich dann demnächst auch, äh, ein gutes Verhältnis hinkriege in Bezug auf meinen SNES-Emulator, so dass ich endlich die, äh, schon ganz am Anfang angekündigte, die immer noch in meinem Profil angekündigten Projekte, äh, endlich mal starten kann. Das wären Lufia und Star Ocean. Die Teile würde ich gerne LP'n, auch wenn beide für mich blind sind. Ich meine, Lufia habe ich schon etwas angespielt, aber nicht sonderlich weit. Ich habe, äh, schon ein paar Bosse besiegt und sowas, aber storytechnisch liegt da noch einiges vor mir. Ui, jetzt, jetzt kommt hier wieder richtig viel. Gold, Greed is good, na, 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 na. So. Huch, das wäre echt mal eine Erfindung, so Pflanzen, die, aus denen Geld heraussprießt. Das fehlt uns Menschen eigentlich nur noch. Ja, jetzt haben wir auch, ne, jetzt habe ich keinen Bock, mich um die zu kümmern. Ich kaufe, ne, aber eben das Futter hier. Hm, und jetzt, äh, können einige vielleicht auch noch sagen, äh, warum hast du keinen Plan für so Zombie-LP gemacht? Bäh! Ja, das hat schlichtweg damit etwas zu tun, dass ich das Spiel schon lange vorher gespielt habe und dass ich eigentlich nur noch dabei bin, meinen Zen-Garten zu pflegen und diesen tollen Baum wachsen zu lassen. Wie ihr gerade auch gelesen habt, thank you for feeding me! Ich werde das Teil jetzt so sehr mit äh, Tree-Food zuknallen I'll never get why your animals spend all the time moving around Ja, bla, bla! Ich werde das Teil so sehr damit zukleistern, dass es nachher wahrscheinlich aus meinem Monitor rausgehüpft kommt. Ah! Ja, ich habe jetzt keinen Bock, hier noch mehr zu, zu bewässern. Blub, blub, blub! Ja! So viel erstmal dazu. So viel zu meinem allerersten, äh, Informationsvideo. So Ankündigungsvideo allgemein. Wie gesagt, nochmal ein großes, großes Entschuldigung von meiner Seite, dass das in den letzten Tagen mit den Videos hochladen nicht so geklappt hat, wie es klappen sollte. Hm. Naja. Sonst fällt mir gerade nichts ein, außer, dass ich Hunger habe. Ich werde mir gleich etwas zu essen machen, etwas zu trinken. Habe ich hier noch schönen Tee aus drei verschiedenen Sorten gemixt. Ja, und das wäre es. Okay. Dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Freut euch auf die neuen Videos, freut euch auf die neuen Projekte, freut euch auf alles, was jetzt kommen wird, auf die ganzen Videos, und drückt mir die Daumen, dass Sony Vegas nicht wieder abschmiert. Bis zum nächsten Mal. Ciao.